Hallo, ich bin Gaby und ich erkläre dir in diesem Video, warum Antioxidantien wahre Helden für unsere Körper sind. Das kennst du bestimmt auch. Du beißt in einen frischen Apfel und nach kurzer Zeit ist er schon braun. Der Grund sind freie Radikale. Das sind Bestandteile im Sauerstoff, die Zellen schädigen und altern lassen. Ähnliches passiert auch bei Menschen und Tieren. Jede unserer Zellen wird täglich zwischen 100 und 10.000 Mal von diesen freien Radikalen attackiert. Aber was kann man dagegen tun? Beim Apfel kennst du sicherlich den Trick, etwas Zitronensaft darauf zu träufeln, damit er sich nicht verfärbt. Und das funktioniert, weil das Vitamin C im Zitronensaft ein Antioxidant ist. Antioxidantien sind nämlich die natürlichen Gegenspieler der freien Radikale und schützen die Zellen vor deren Angriffen. Und weil wir möchten, dass unsere Vierbeiner lange fit bleiben, setzen wir hochwirksame Antioxidantien ein, die sogar noch um ein Vielfaches effektiver sind als die im Zitronensaft. Sie sind in unseren ganz besonderen Zutaten enthalten, wie zum Beispiel in kaltgepresstem Traubenkernmehl, antarktischem Krill, Chlorella-Algen oder Olivenextrakt, die wir in vielen unserer Rezepturen verwenden. Und damit möchten wir dazu beitragen, dass dein Liebling ein langes und vitales Leben genießen kann. Belkando, auf die Zutaten kommt es an.